Eines unserer erfolgreichsten Projekte ist die Parkfläche für Autovermietungen direkt neben dem Wiener Flughafen. Wir haben ein Grundstück gekauft, mit dem keiner was anfangen konnte. Jetzt parken hier tausend Mietautos, die früher teuer am Flughafen gestanden sind. Dann noch eine Waschhalle dazu, dass die Autos vor der Vermietung wieder aufpoliert werden können. Die perfekte Lösung für eine vermeintliche Problemimmobilie. Die Immobilienrendite AG. Immobilienkompetenz seit 1950.